Hallo zusammen, ja, willkommen zurück zu meinem Let's Play zu Tenchu 2. Und genau, wir waren ja beim letzten Mal, wurden wir zu der Insel Kuban geschickt. Tut mir leid. Weil Ayame soll Dorfbewohner befreien. Und genau, ich würde sagen, ich nehme einfach mal drei Blashobe mit. Ein Pfeil. Und der Rest wird Schuriken sein. Ähm, genau, was gibt es noch zu sagen? Genau, wir sollen die Dorfbewohner halt beschützen. Und das ist ein richtiges Scheißlevel. Das muss ich jetzt leider echt mal so sagen. Weil hier ist es nämlich auch so neblig. Und halt wie bei Rikimaru bei diesem Berglevel da. Das ist auch ein Scheißlevel. Aber zum Glück haben wir schon das Blashohr. Das heißt, wenn er sich bewegt, ist er tot. Genau. Zack. Ah, das sind doch diese Typen vom... Ja, die haben nichts. Das sind doch diese Typen vom geheimen Hafen. Die haben auch Gewehre hier und so. Ja, ja, ich erinnere mich. So, dann würde ich sagen... Wo ist der Gegner? Da ist der Gegner. Oh mein Gott. Oh mein Gott, komm doch nicht hierhin, Mensch. Schnell weg hier. Schnell weg hier. Warum komm ich nicht? Okay, alles klar. So, dann lauf, lauf, lauf. Ah ja, mein Lauf, 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 lauf. Oh! Alter, wie knapp war das denn schon wieder? Oh mein Gott. Das war heftig knapp. Ja, genau. Äh, ich hab noch keine Ahnung, wie ich das Level angehe. Aber ich denk mal, einfach der Nase lang. Und genau, da sind wir ja jetzt hier. Wie gesagt, ich freu mich mal wieder, dass ich mit euch Tenchu 2 spielen darf. Sehr, sehr schön. Hier kommt man hoch. Seht ihr das? Da kommt man doch hoch. Und natürlich hält die sich nicht fest. Das ist das Problem, wenn man versucht, sich an einer Schräge festzuhalten. Aber, jetzt hat sie es geschafft. Okay, was ist da unten? Da ist nichts, okay. Wo ist denn dieser Gegner? Hier ist doch ein Gegner irgendwo. Nee, keine Ahnung. Boah, das war Glück, dass ich da jetzt nicht ins Wasser gefallen habe. Da ist er doch. Kommt Blas. Oh. In den Fuß. Oh mein Gott. Oh, was war das denn, Alter? Da war wieder so ein Stein. Oh, Hilfe. Was war das denn? Wie krass, Alter. So. Dem sind wir entkommen, zum Glück. Aber da oben kommt man echt nicht hoch. Das ist ein bisschen schade. Aber hier sind wir eh falsch. Wir müssen wieder da zurück, wo wir angefangen haben. Ich bin hier eigentlich nur hergegangen, damit wir alle Gegner plätten können, sozusagen. Wobei das Level-Design hier finde ich ja eigentlich ganz nett. So mit den Hintergrundgeräuschen. Mit den Möwen da. Aber ich mag nicht, dass das hier so neblig ist, die Sicht. Da kommt einem vor, als hätte man einen grauen Starr oder so, ey. Natürlich sieht man dann auch die Gegner erst sehr spät, ne? So. Da. Da. Ach, den kill ich auch mit dem Blasrohr, ey. Ist mir jetzt egal. Ich habe keine Lust, immer die Routen abzuwarten. Das ist halt riskant jetzt, weil ich kein Blasrohr mehr habe. Aber seht ihr das? Der hat eine Waffe gehabt. Ein Gewehr. Sieht aus wie ein Steinschlossgewehr. Aber ich bin mir gerade nicht sicher. So, irgendwo war hier... Irgendwo war hier ein Bereich, wo man ins Wasser gehen muss. Und dann ist da ein Gegner. Sorry, wenn ich gerade ein bisschen still war. Ach! Noch ein Stein. Okay. Okay. Äh, okay. Aber... Nicht gesehen. So, wo ist der? Ne, da geht es nicht hoch. Die Insel Kubon. Ja, sehr interessant. Finde ich. Sehr schönes Level, aber halt auch sehr scheiße schwierig. Also, da. Da habe ich doch einen Schatten gesehen eben. Da. Seht ihr das? Der Typ hat wieder ein Gewehr. Ach, das war, glaube ich, sogar der Typ, den ich meinte. Ja, wie soll ich das denn jetzt abtimen, ey? Ja, er guckt mir genau in die Fresse. Ich will eigentlich hier... Guck mal da hin, bitte. Oh, komm, 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 komm. Oh, sehr riskant. Hä? Ich habe doch... Hä? Ich habe den doch gekillt. Was soll denn das jetzt? Wollt ihr mich verarschen? Ich habe den... Ich habe doch... Hä? Ah, nein. Ich habe zu früh den angegriffen. Scheiße, Mann. Ich habe den noch angegriffen, als der noch in Alarmbereitschaft war. Oh, Gott, ey. Wie dumm muss man eigentlich sein? Jetzt komme ich hier nicht raus. Jetzt komme ich hier nicht raus, ohne zu planschen. Wie soll ich das machen jetzt? Wie soll ich das machen? Ich würde sagen, ich springe direkt. Nein. Das hat... Das hat nichts gebracht. Okay. Ich sehe den Gegner nicht. Oh, mein Gott, ey. Ne, das ist irgendwie... Ne, das hat nicht so geklappt, wie ich das wollte. Ich habe ihn zu früh angegriffen, ich Idiot. Oh, Mann. Wie soll ich den kriegen, ey? Tada. Wie oft haben... Wie oft hören wir jetzt diese Musik schon, ey? Naja, die Schuriken-Taktik, die ist für den Arsch, wenn man nicht wartet, bis der sich beruhigt hat, ja. Oh ja, guck mir in die Fresse. So, jetzt aber kommen, ey. So. Oh, ey. Was hat der für eine Route gehabt? Oh, schaut mal da unten. Das sind Seesterne, okay. Krass. Cooles Design auf jeden Fall. Ah, das ist der nächste Gegner. So. Und komm, 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 komm. Zack. Oh, mein Gott, da ist noch einer. Klack. Äh, wo ist der? Da ist irgendwo noch ein Gegner gewesen. Das stimmt hier oben. Da. Ah, da ist wieder ein Typ mit einer brutalen Waffe. Aber der dreht sich nicht um. Das heißt, der steht da statisch rum. Das heißt, den können wir von hinten killen. Ja, ich weiß, das hat sich jetzt komisch angehört. Aber es ist doch so. Was machst du, Ayami? Geh doch hoch. Ey. So, jetzt. Oh, Mann, ey. Das ist eine Spannung hier. Komme ich da mit diesem Sprung hin? Ich hoffe mal, ja. Ja. Und da habe ich dich. Und jetzt aufpassen, richtige Taste drücken. Ja, ich bin konzentriert. Ich glaube, ihr merkt das schon. Ähm, ja. Gibt es hier oben noch irgendwen? Ah, mein Mund ist auch rau im Moment, weil ich habe eben Döner gegessen. Der war ein bisschen sehr salzig. Und deshalb ist meine Zunge ein bisschen rau. Und mein Gaumen auch. So, da haben wir das Wasser. Da ist nämlich ein Wasser gewesen, seht ihr. Da. Ein Moment. Ich mache wieder hier. Schuriken-Taktik. Schau mal da hin, bitte. Und? Hä? Ah, shit. Nee, das war... Das war nicht so doll. Nein, nicht der... Oh, Gott. So, jetzt. Komm, 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 komm. Yes. Von der Seite. Das sagt ihr. Oh, das sah cool aus. Wo ist der Schuriken? Da ist der Schuriken. Alles klar. Gehen wir mal weiter hier. Ah, hier in der Mitte ist nämlich, glaube ich, so ein Berg. Ah, da ist der Typ, den ich meinte. Da muss man nämlich ins Wasser springen. Und direkt untertauchen. Was für eine Kamera-Perspektive. Naja. Wo ist man nämlich jetzt hier rein? Ja, komm, ist gut. Mensch. Ich weiß. Bloß, wo ist dieser Gegner? Oh, Mann, ey. Das ist so brutal hier. Ich würde mich gerne nicht entdeckt werden, ey. So, komm, geh weiter. Da ist er. Da ist er. Der sieht mich nicht, oder? Naja, der bleibt da so stehen irgendwie. Keine Ahnung. Warum bleibst du jetzt da so stehen, Mensch? Ich habe Schiss zu dir zu kommen. Ganz ehrlich. Mein Gott, ey. So ein Stress muss doch nach der Arbeit nicht sein. Das ist mal ehrlich, ey. Kann ich irgendwo... Nee, wo ist das Abbrechen? Wo ist das Abbrechen? Hä? Wo ist der Sound hin? Ich will das Abbrechen. Verdammt nochmal. So. Da habe ich es einfach wegge... Ja. Alles klar. Sehr gut. Das war eigentlich nicht gewollt, aber... Jo. Nein, nehm doch die Waffe, Mensch. Boah. Die hat die Waffe nicht ausge... ...gezogen gehabt, ey. Shit, Mann. Aber es hat geholfen. Das hat geholfen. Okay. Dann haben wir den auch. Dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter, ne? Ja, mehr gibt es eigentlich immerhin nichts zu sagen. Außer halt... Ja, dass ich mal wieder froh bin, mit euch hier Tenchu 2 zu spielen. Das ist doch... Auch wenn es schwer ist. Aber es ist doch ein schönes Spiel. So. Auch da wiederhole ich mich. Ich weiß, aber... Oh mein Gott. Wo ist der? Wo ist der? Komm ich hier so hoch? Ja, komm ich. Aber wo? Ah. Okay, nimm deine Waffe raus. Nein! Nein! Oh Mann! Oh, da ist noch einer. Ja, schieß mich ab, ey. Schieß eine Frau ab, Typ, ey. Ist okay, komm. Hä? Sieht ihr mich noch? Oh, Junge! Scheiße! Oh, das ist doch so dumm! Das ist doch wirklich dumm! Ich weiß nicht, ob man hier Großmeister schaffen kann. Wenn man ein paar Mal entdeckt wird. Ich bezweifle das aber irgendwie. Wobei, hier gibt es viele... Oh, Janne, was machst du? So, jetzt. Ja, Steuerungsprobleme. Ich merke das schon. Ich bin auch gerade nicht so konzentriert wie sonst irgendwie. Keine Ahnung warum. Was macht der denn da, Alter? Der steht so dicht vor mir und sieht mich nicht. Alter, ey. Das ist aber auch eine Scheißposition, die ich mir jetzt hier ausgesucht habe. Und du bist jetzt sterben! Boah, da ist direkt noch einer. Wenn der den jetzt sieht, ne? Ne, ich gehe mal lieber hier weg. Lass mich raten, der sieht den? Ah, ne, sieht der nicht? Okay. Korrekt. So, komm, 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 komm. Und, yes. Weg mit dir. Hier ist direkt noch einer. Alter Schwede, da ist der doch. Wie hat der mich von hinten gesehen? Hä? Wo ist der denn? Hä? Wer hat mich da gesehen? Hallo? Ach. Wo kommt der denn her? Ey. Ey, wie viele Gegner es hier gibt. Den habe ich ja gar nicht gesehen, Alter. Ja, komm schon. Du Spasti, ne? Du Wichser, ja. Ey, das gibt es nicht, ne? Ne, Großmeister kann ich jetzt vergessen, glaube ich. Wenn es hier so viele Gegner gibt, ey. So. Komm schon, ey. Dreh dich rum. Sehr schön. So. Und zack. Hat der mich jetzt entdeckt? Weil ich den berührt habe, oder was? Ne, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Wird wohl nicht... Der wird mich wohl nicht entdeckt haben, aber... Da ist doch noch einer. Ja. Der kommt genau hier hin. Ja, super. Mach doch nicht so eine Scheiße hier. Guck mal bitte da hin. Danke. So, dreh dich rum. Und zack. Ey, diese Taktik mit den Schuriken ist echt geil. Nur, dass ich eben zu blöd war und... Äh... Den Typ angegriffen habe, obwohl der noch in Alarmbereitschaft war, ja. Das ist... Scheiße gelaufen eben. So, der hat sich... Nein! Oh mein Gott, alter Schwede. Was machst du denn da? Ich weiß gerade nämlich gar nicht, ob es hier einen Endgegner gibt. Alter! Warum gehst du auf die Kiste? So. Und tschüss. Ich glaube, das reicht nicht ganz für Großmeister. Ah ja, das hier ist ja quasi eine Runde. Wir sind noch nicht mal bei der Hälfte. Also wenn ich jetzt... Oh, doch. Oder da hinten ist doch das Ziel, oder nicht? Ist hier nicht das Ziel? Ich mach mal ein Safe State, weil wenn das das Ziel ist, dann will ich hier noch... Nein, hier möchte ich noch nicht hin. Da hinten ist nämlich noch ein Bereich. Den habe ich noch nicht erkundet, weil ich möchte nämlich gerne jeden Gegner killen. Seht ihr, da ist doch noch jemand irgendwo. Da! Da ist einer. Seht ihr das? Ja, natürlich seht ihr, das ist nicht zu übersehen, ne? Ne, das kann man nicht. Man kann nicht während dem Springen einen Schuriken schmeißen. Das ist blöd. Ja, dreh dich ruhig! Alter, was für eine Route! Genau, da habe ich dich. Hier ist auch noch irgendwo ein Item versteckt, ne? Ich muss mal gucken, wo das ist. Vielleicht hier oben drauf. Nein, leider nicht. Ja, ich muss echt mal gucken, wo das ist. Hier auf jeden Fall nicht. Schade, weil ich würde das Item schon gerne mitnehmen. Ja, laufen wir mal. Machen wir mal einen auf Forest Gun, ja? Einmal um die ganze Insel. Lauf, lauf, lauf. Kann man auch schön sehen, ob hier noch Gegner sind irgendwo. Darum kommt man nicht hoch, okay. So, hier rechts, den habe ich ja gekillt, ne? Da ganz am Anfang. Hier ist noch irgendwo jemand, klar. Weil ich in einem Bereich noch nicht war. Aber ich musste erst mal, ja, hier durchschwimmen. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen langweilig für euch, weil ihr das schon gesehen habt, aber... Das ist leider notwendig. Ja, komm schon, ey. Schneller. So. Ich bin jetzt sehr unvorsichtig, weil ich... Oh. Hier in der Nähe ist jemand. Stopp. Weil ich wusste, dass hier niemand ist, aber irgendwo... War da ein Gegner? Äh, nö, aber warum ist das auf einmal... Das Ausrufe-Fragezeichen, warum ist das auf einmal geblieben? Na ja, egal, komm. Nein! Nicht schwimmen! Mädel. Hier. Hier bleibt das, aber wo ist die? Wo ist der? Ne, hier ist niemand mehr. Ich muss wirklich hier ganz zum Anfang. Da, wo wir den ersten Gegner hier gekillt haben, mit dem Blasrohr. Frage ist jetzt... Ich glaube, das Level ist sogar zweigeteilt, ja? Kann das sein? Könnte sein, dass das heute ein längerer Part von mir wird. Ich muss mal gucken. Äh, genau, da muss ich jetzt wieder hier hinter. Weil ich würde nämlich doch gerne... Ja, wie ich schon sagte, ne? Das Item auf jeden Fall mitnehmen und... Alle Gegner killen. Weil ich ja doch noch irgendwie die Hoffnung habe, dass wir Großmeister schaffen, aber... Irgendwie... Ich weiß nicht, ob meine Hoffnung unbegründet ist. Ja, gucken wir einfach. Würde ich sagen. Ich würde sagen, wir schauen einfach mal. So, ab jetzt wird's wieder neu. So, was ist denn hier noch? Ist hier nur das Schiff, oder was? Ja, vielleicht ist da das Item da oben, wa? Das könnte ich mir sogar sehr gut vorstellen. Da oben ist ein Gegner. Ha! Seht ihr das? Da ist noch ein Gegner, aber... Na, die sieht mich hier eh nicht. Nichts von so weit weg, glaube ich nicht. Glaube ich nicht, oder? Ne. So, das wäre zu krass, wenn ihr mich da sehen würdet. Wo ist diese Itembox? Gibt's hier überhaupt eine? Oh mein Gott, nein! Oh, ich hasse dieses Wasser hier, ey. Halt dich daran fest, bitte. Sehr gut. Okay. Okay, geh ich hinter den. Und kill den dann. Geh hoch. Und kill ihn. Ja! Yes! Okay. Sehr gut. Ist hier nicht irgendwo die... Ah, da ist sie doch! Nein, das wollte ich nicht. Da ist die Itemkiste, seht ihr das? Die will ich haben, verdammt. Ja, natürlich hält die sich jetzt nicht fest. Das ist klar. Müssen wir mich jetzt nochmal ärgern. Damit ich ja nicht die Itemkiste hole, wa? Ey! Geh da hoch! Endlich! Ja, diese Steuerung ist manchmal... Oder was ist das? Ah, ja, okay, ich verstehe. Das ist die Luftflasche. Und das hier ist quasi Pendant zu... ...der geheimen Hafen bei Rikimaru. Ja, weil der hat das Ding auch im geheimen Hafen gefunden. So, komm schon. Hier ist noch was. Hier ist tatsächlich noch jede Menge Land, okay? So, wo ist der... Da ist der Typ. Seht ihr den? Diese Silhouette da. Die sich jetzt verwandelt hat in einen Menschen. So, komm schon. Zack. Das war geil. Da ist direkt noch einer. Okay. Schau mal bitte da hinten hin. Alles klar. Ah, nee, das ist... Oder? Das ist mir jetzt so riskant hier. Nee. Ach, du Scheiße. So, komm, 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 komm. Ja. Oh mein Gott, der wollte sich gerade rumdrehen. So, ich glaube... Ja, der hat nichts gehabt. Ich schaue mal, ob hier noch was ist irgendwo. In dieser Richtung. Weil ich will doch wirklich jetzt jeden mitnehmen. Jeden Scheiß-Gegner hier. Aber ich glaube... Hier ist nichts mehr. Okay. Gut. Dann können wir wieder in die andere Richtung gehen. Ich weiß nicht, ob das Level 2 geteilt war. Ich bin mir echt nicht mehr so sicher. Wenn ja, dann... ...wird es halt was längeres heute, ne? Genau. Schauen wir mal. So, hier. Da. Kaum ist man in einer neuen Region. Schon sind da Gegner. Naja, komm schon. Hey. Hä? In die Richtung? Da drin, oder was? Ach, du Scheiße. Was ist das denn hier? Wo? 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 73? 76? Oh mein Gott, ey. Was ist das denn hier? Hä? Wo denn? Wo ist der verdammt? 76? Hä? Wo ist der? Hä? Wo ist der? Oh! Oh mein Gott, nein! Fuck! Nein, ey! Scheiße! Oh, den hat man echt spät gesehen, diesen Typen, ey. Fuck. Ärgerlich, ärgerlich. Ich glaube, das wird nichts mehr. Jetzt kommt nur noch Nina Meister oder so. Schau mal bitte in die andere Richtung. So. Und zack. Ja, ich bin immer nervös, ey, bei dieser Schuriken-Taktik. Aber die ist eigentlich gut, ja. Ach, dieser Scheiß-Typ hier, ey. Hat der mich nochmal entdeckt. Shit, Mann. Der war aber auch echt schwer, müsst ihr zugeben, oder? Der war doch echt schwer. So, jetzt müssten wir eigentlich bald... Ah, da ist noch jemand. Guck mal da hin. Diese Taktik ist echt geil. Da braucht man sich nicht immer die Routen zu merken. Das ist cool. So, Schuriken. Hey, nimm das Schuriken wieder. Hey. Die will das Schuriken nicht mehr mitnehmen. Hey. Warum? Ah, da. Okay. Alles klar. Sehr gut. Da ist der nächste Gegner. Ich glaube, ich mache das jetzt immer so, wa? Schau mal da hin, bitte. Ja. Alles klar. Das Schuriken... Nein! Oh, Mann. Ach, jetzt hänge ich hier wieder im Wasser fest. Ich bin nicht wasserfest, Leute. Ach, Mensch. So, komm schon. Ja, das hat jetzt relativ wenig gebracht mit dem Schuriken. Oh! Weil ich halt ins Wasser gefallen bin, ne? Oh mein Gott, ey. Was ist das denn, ey? So. So, komm, weg mit dir. Oh, also, ja. Die Schuriken sind jetzt weg, aber ich glaube, wir haben es sowieso geschafft, ne? Wir haben es eh geschafft. Ah, shit! Oh! Oh, hab ich mich erschrocken. Ne, da ist nichts mehr. Ich glaube, da ist jetzt nur noch hier irgendwo... Irgendwo dieses Schiff hier. Oder ist da noch... Da ist noch irgendwo jemand. Ja, ja. Das heißt, ich werde noch mal gucken müssen, wa? Da war noch irgendwo jemand. Habt ihr das gesehen? Da war noch Ausrufezeichen, Fragezeichen. Frage ist jetzt, wo ist dieser Typ, ne? So, komm hoch. Ne. So, wo bin ich jetzt hier? Ah, jetzt bin ich wieder hier angekommen. Frage ist, wo ist der Gegner? Egal, komm, ich geh jetzt durch. Wenn jetzt ein Endpost kommt, dann muss ich erstmal, ja... was trinken, aber erstmal Cut ziehen. Oh! Oh! Oh, 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 oh! Doch noch Großmeister geschafft! Yes, man! Das ist natürlich geil, ja, Grandmaster. Alter, aber mit 10 Punkten. Oh, das war knapp. Naja, fünfmal entdeckt worden und trotzdem Großmeister. Das ist natürlich... Das hat Vorteil, auf jeden Fall. So, ich muss jetzt mal gucken, weil da kam nämlich gerade keine Cut ziehen. Äh, geht das jetzt direkt weiter, oder was? Weil dann wird das nämlich in einen Stundenpart. Oder ich schneide das einfach in der Mitte, oder? Hm, das sind die Villager, aber wo haben sie sie genommen? Oh Gott, der, das vor, die Inselfestung, okay. Ah ja, sehr gut. Wir haben hier einen Zwischenspeicher, sozusagen. Ja, genau. Ähm, ich mach das mal dann morgen weiter, das nächste Level, die Inselfestung. Äh, ja, wir haben die Dorfbewohner gefunden. Allerdings verschleppen die die irgendwo hin, und die ich glaube zum geheimen Hafen. Aber, das kann auch falsch sein, was ich glaube. Und genau, aber was es damit auf sich hat, erfahren wir erst morgen. Äh, ich mach hier erstmal einen Schnitt rein, und werd das Video jetzt bearbeiten, und schneiden, und alles, und genau. Ja, dann würde ich sagen, bedanke ich mich, dass ihr zugeschaut habt. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, oder schönen Abend, ne? Tschö, tschö.